Und was machst du heute noch? Keine Ahnung, je mehr sind wir unterbögen. Und, bist du zu traurig? Nein, eh nicht so. Weißt du eh wie das ist, wenn man im Vorhinein schon weiß, dass es nicht so lange dauert? Das ist echt ein ernst und jenes Problem. Wieso? Viele Leute haben Angst im Dunkeln. Dr. Pepper ist ein verdammtes Stofftier. Hey, kümmer auf was. Hey! Geil! Was macht sie es da? Geil! Geil! Geil!